Wie könnte so eine automatisierte MLOps Pipeline denn jetzt aussehen? Am Anfang stehen die Daten und diese können aus ganz verschiedenen Quellen kommen, zum Beispiel aus Datenbanken, aus einer API oder aus ganz anderen Quellen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, sobald diese neuen Daten verfügbar sind, dann beginnt die gesamte Pipeline zu laufen. Oftmals haben diese Daten auch komplett andere Strukturen und Formate oder sie enthalten sogar Datenrauschen. Hier ist es wichtig, die Daten schön sauber zu machen und in ein einheitliches Format zu bringen. Die Daten müssen stehen. Das ist unsere Grundlage für das Training von Machine Learning Modellen. Und wenn die Daten dann soweit sind, dann können wir diese zum Training des Modells nutzen. In diesem Schritt führen wir sozusagen die Skripte aus, die du vielleicht auch schon lokal auf deinem Computer ausgeführt hast. Zum Beispiel Jupyter Notebooks oder kleinere Python-Skripts, wie auch immer. In dem Schritt ist auch denkbar, dass wir die Automatisierung, wie zum Beispiel die Hyperparameter-Optimierung oder Cross-Validations ebenfalls automatisiert ausführen. Nachdem das Modell nun trainiert ist und es seine Performance auf einer Test-Set unter Beweis stellen durfte, haben wir auch Messwerte, wie zum Beispiel die Accuracy oder den F1-Score. Wichtig ist jetzt aber auch, dass wir diese Messwerte irgendwo festhalten. Warum? Wir müssen es auf jeden Fall merken, wie gut das aktuelle Modell ist. Sobald wir dann ein neueres Modell in der Zukunft trainiert haben, müssen wir es ja irgendwie vergleichen können. Wir brauchen eine Zahl, die wir miteinander in Relation setzen können. Deswegen ist es wichtig, sich diese Messwerte irgendwo festzuhalten. Sobald wir das Modell nun fertig trainiert haben, können wir es nun ausrollen. Meistens verpackt man diese Modelle dann in ein einheitliches Format, wie zum Beispiel Pickle. Wenn ein anderes Modell bereits deployed war, dann müssen wir natürlich erstmal schauen, welches Modell auf den Testdaten besser abgeschnitten hat. Das alte oder das neue. Und nur im zweiten Fall, wenn das neue Modell besser war, wollen wir auch dieses neue Modell ausrollen. Denn wir wollen natürlich immer nur das performanteste haben, das ist ja klar. Eine Sache möchte ich hier auf jeden Fall aber hervorheben. Wenn wir das Modell ausrollen, dann sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir womöglich auch mal mehr Last auf unserem Modell haben. Stell dir mal vor, am Black Friday, da hat die Amazon Empfehlungsengine eine Menge zu tun. Deshalb muss die darunter liegende Plattform, die Infrastruktur, ein Hochskalieren möglich machen. Und da wir natürlich faul sind, wollen wir auch das automatisieren. Also das heißt, das Skalieren soll auch automatisch passieren. Und da empfehle ich immer ein Autoscaling. Das heißt, wenn mehr Last auf dem System ist, dann wird zum Beispiel einfach der Server, wo die KI drauf liegt, einfach repliziert. Autoscaling. Super, jetzt ist unsere KI online. Wichtig ist nur zu merken, dass es kein Prozess, der einmal und nie wieder ausgeführt wird, sondern diese Pipeline wird immer dann ausgeführt, wenn es nötig ist. Sprich, wenn wir zum Beispiel etwas an der Datengrundlage ändern, oder wenn wir irgendwas am Modell ändern, wollen wir es auch mal ausprobieren. Das passiert immer wieder und deshalb ist es auch wichtig, genauestens über den Stand der KI Bescheid zu wissen. Ein Monitoring ist deswegen unerlässlich. Da kann man zum Beispiel die Performance, die Datengrundlage oder auch die Parameter des Modells einsehen. Tools wie beispielsweise MLflow sind hier sehr zu empfehlen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.